Happy Birthday to you. Herzlichen Glückwunsch an alle Leute, die heute gewusst haben und herzlich willkommen bei Red Hot Gamble. Heute ist Freitag, ich spiele Free Fire und ich starte sofort mit Battle Royale und danach geht es weiter mit CS Rankin. Viel Spaß. Die erste Runde geht los. Ich habe Rauschunterdrückung eingemacht. Mal schauen, ob das richtig eingestellt ist, da ich ja wieder alles neu einstellen musste. Die erste Runde geht los. Was soll ich nehmen? Computer. Ah, ich habe es gehört. Da hinten. Ich spiele das hier so vermengen, dass ich keine Waffen wechseln darf. Also welche ich genommen habe, die bleiben dann bei mir. Ich hoffe, ich bekomme bald mal eine Waffe. Was ist denn da hinten? Das ist... Das ist... Das ist noch keine Waffe. Schlecht. Ja. Das ist kaputt. Noch keine Waffe. Okay, die erste Waffe habe ich. Und die zweite Waffe auch, jetzt kann ich ruhig über die anderen Sachen laufen. Bei Waffen habe ich ja schon. Okay. 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 WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR 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 populated standing still Okay. Ah, direkt mal. Muss ich alles neu einstellen. Wo sind die Ender? Gute Musi nichts mehr, wirst du schön. Noch mit mir 16 Gegner da. Also ich bin ja kein Gegner. 15 Gegner sind noch da. 14 Gegner. Okay. Ah, ich drück mal Y. Hat das Auto vorhin immer auf Y gelegt. Weil ich alles nur installieren musste. Ist wieder alles weg. Okay. 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 Level 3. Okay. Ist KI hier? Ich hätte aber gerne gewusst, wo das Spiel ist. Ist das schon tot? Oder lauert da irgendwo? Okay. 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 So, das war die erfolgreiche erste Runde. Dann würde ich mal sagen, wir sehen uns gleich wieder. Den CS Rinket. Den CS Rinket. Dann ist es wieder ein bisschen schwieriger. Bis dann. Bis gleich. Viel Spaß. Und die zweite Runde CS Rinket geht los. Schnell Sachen kaufen. Hm? Okay. Let's go. Ah! Einmal nicht geschaffen. Ah! Wir verloren. die ersten haben wir verloren im g36 auf schnellfeuer röpfe roger röpfe Schau! 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 Die ist auch ein guter Kampf! Schau! 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 Ich habe ja noch eine Quest, ich muss einem helfen! Vielleicht schaffe ich das ja! Was nehme ich denn jetzt? Schau! 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 Na gut, oh, ein paar beste Spieler. Ich bin immer noch bei zwei Sterne. Ein Kill in 900 Schaden habe ich gemacht. Der war gut, der war gut und der war besser. Also ich war dafür. Gut, dann würde ich mal sagen, das war's für heute. Danke fürs Zuschauen. Ich freue mich, wenn ihr bei dem nächsten Video seid. Bis dahin wünsche ich euch viel Spaß und auf Wiedersehen. Ciao. Bis dahin.